In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man bei einem Amilla-Patienten-Armbanddrucker die Armbandrolle wechselt. Wenn die Armbandrolle leer ist, weist Sie der Drucker über die rote LED darauf hin, dass er im Fehlermodus ist. Der genaue Fehler wird Ihnen im Display angezeigt. No Paper bedeutet, dass die Armbandrolle gewechselt werden muss. Öffnen Sie den Drucker, entnehmen Sie im Anschluss den Leerkern, nehmen Sie die neue Rolle und entfernen Sie das Verschlussetikett. Setzen Sie die Rolle mit der schwarzen Balkenmarkierung nach unten und mit dem bedruckbaren Bereich nach oben ein. Schließen Sie den Drucker und drücken Sie auf die Feed-Taste, um den Fehler zu quittieren.